Kennst du den Unterschied zwischen einer Gradationskurve und einer Tonwertkorrektur in Photoshop? Eigentlich machen diese Werkzeuge ziemlich genau dasselbe, aber trotzdem gibt es ein paar kleine Unterschiede. Und die möchte ich mir mit dir heute mal gemeinsam anschauen. Und natürlich gibt es auch heute bei mir hier wieder was zu gewinnen. Es gibt ja aktuell täglich Videos in der Weihnachtszeit und es gibt täglich Verlosungen. Und heute gibt es im Lostopf zweimal das Videotraining Lightroom für Fortgeschrittene, was ich ja selber rausgebracht habe und wofür ich auch sehr viel Lob bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für euer ganzes positive Feedback. Und heute, wie gesagt, verlose ich zwei Stück davon. Wenn du mit dabei sein möchtest und dieses Videotraining gewinnen möchtest, dann einfach mal unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Dort musst du einfach nur einmal deine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite angeben und dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei und wirst natürlich auch sofort benachrichtigt, wenn du gewonnen hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich werde jetzt hier mal in die Korrekturenpalette gehen und einmal hier die Gradationskurven drauflegen und als zweite Ebene hier direkt daneben die Tonwertkorrektur. In Englisch heißt die Tonwertkorrektur Levels und die Gradationskurven heißen einfach Curves. Also falls du das vielleicht irgendwo anders schon mal gesehen hast, dann kannst du das vielleicht auch da nochmal übernehmen. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Tonwertkorrektur. Und in dieser Tonwertkorrektur haben wir hier drei Regler. Einmal für die dunklen Bildbereiche, also die Schatten, die Highlights hier, die hellen Bildbereiche und die Mitteltöne. Und ich kann jetzt zum Beispiel die dunklen Bildbereiche dunkler machen, indem ich jetzt diesen Regler für die dunklen Bildbereiche hier weiter reinziehe. Damit kann ich also mehr Kontrast aufbauen. Genau das gleiche kann ich auch in den Kurven machen, wenn ich jetzt hier einmal auf die Kurven klicke, indem ich jetzt hier diesen Regler für die dunklen Bildbereiche hier unten anfasse und weiter reinziehe. Auch dann mache ich das Bild dunkler. In der Tonwertkorrektur kann ich auch die hellen Bildbereiche noch heller machen, indem ich jetzt diesen Regler hier ganz rechts, der für die hellen Bildbereiche zuständig ist, hier wieder weiter in die Mitte reinziehe. Dann mache ich die hellen Bildbereiche auch noch heller. Und genau das gleiche kann ich auch wieder in den Kurven machen. Auch hier könnte ich jetzt hier oben den Regler anfassen und einfach wieder weiter in die Mitte ziehen und damit die hellen Bildbereiche noch heller machen. Das kann ich übrigens hier unten auch mit diesen beiden Anfassern machen. Das ist eigentlich genau dasselbe. Aber du kannst es halt hier auch direkt in der Kurve machen. Jetzt haben wir in der Tonwertkorrektur hier noch einen Mittelregler. Das sind also die Mitteltöne. Die kann ich entweder hier weiter nach links ziehen, dann werden diese Bereiche noch heller. Oder ich ziehe weiter nach rechts, dann werden die Mitteltöne dunkler. Und auch genau dasselbe könnte ich jetzt wieder bei den Kurven machen, bei der Gradationskurve. Da müsste ich mir jetzt hier einfach nur einen weiteren Punkt reinpacken und dann sagen, ich ziehe den weiter nach links, dann werden die Mitteltöne heller. Oder ich ziehe ihn weiter nach rechts, dann werden die Mitteltöne dunkler. Soweit, so gut. Also das ist jetzt im Endeffekt genau dasselbe. Also ich kann das bei beiden, sowohl bei der Tonwertkorrektur als auch bei den Gradationskurven genau gleich ausführen. In die andere Richtung kann ich hier auch noch gehen. Das heißt, wenn ich jetzt die dunklen Bildbereiche noch heller machen möchte, also wenn ich die aufhellen möchte, dann kann ich hier unten diese Schieberegler benutzen. Das kann ich jetzt hier einmal in die Richtung machen. Oder aber ich kann auch die hellen Bildbereiche hier entsprechend abdunkeln. Und genau das gleiche könnte ich jetzt auch bei den Kurven wieder machen. Dafür nehme ich jetzt hier einfach diesen Mitteltonwert nochmal raus. Und dann kann ich hier die dunklen Bildbereiche auch weiter nach oben ziehen. Damit mache ich sie heller. Oder ich kann die hellen Bildbereiche, die Weißtöne hier entsprechend runter regeln. Dann mache ich sie dunkler. So, was ist jetzt eigentlich der große Unterschied? Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Werkzeugen ist eigentlich, dass die Tonwertkorrektur dahingehend ein bisschen einfacher ist, nicht ganz so komplex ist, weil ich hier drei Regler habe. Ich kann einmal die Schwarztöne einstellen, ich kann die Weißtöne einstellen, ich kann die Mitteltöne einstellen. Bei der Gradationskurve kann ich mir hier im Endeffekt 1000 Punkte reinpacken und habe damit jetzt nicht nur einen Weißwert hier ganz oben, einen Schwarzwert ganz unten und die Mitteltöne hier in der Mitte, sondern ich kann hier auch noch dazwischen etwas reinpacken und könnte damit jetzt also sehr viele komplexer noch die einzelnen Tonwerte bestimmen und verändern. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Denn ich kann ja sowohl in beiden hier im RGB-Modell arbeiten, das bedeutet, ich kann da die Helligkeiten verändern, ich könnte aber auch jederzeit noch in die einzelnen Farbkanäle reingehen, zum Beispiel in den Rotkanal und könnte jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt hier in den Schatten die Rotwerte noch etwas anheben. Das kann ich auch genauso gut wie in der Tonwertkorrektur. Auch hier könnte ich jetzt sagen, hey, ich möchte die Rotwerte anheben und entsprechend ziehe ich das Ganze hier auf, dann hier unten. Wenn ich die Rotwerte eher raus haben möchte, dann konterre ich das entsprechend, indem ich jetzt hier oben den Regler wieder reinziehe. Also der einzige Unterschied ist ja jetzt wirklich in den Werkzeugen, dass ich mit den Gradationskurven mir viel mehr Punkte anlegen kann und damit ja meine Tonung komplexer gestalten kann in dem Bild. Das heißt, ich kann wirklich die Tonwerte ja noch ein bisschen besser bestimmen, weil ich mir hier einfach sehr viele von diesen Punkten einrichten kann. Ansonsten ist das alles relativ ähnlich. Ich lösche jetzt hier diese beiden Korrekturebenen nochmal, denn ich werde jetzt hier dir nochmal kurz zeigen, wenn ich jetzt nur mit einer Gradationskurve arbeite, dann habe ich hier zum Beispiel noch ein kleines Handsymbol. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, welche Tonwerte zum Beispiel der Himmel hat, dann kann ich hier einfach mit dieser Pipette reingehen und dann entweder hoch oder runter regeln und dann siehst du auch schon, wo jetzt genau diese Tonwerte sind. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier diese hellen Bildbereiche hier auf den Bergen. Da kann ich das Ganze jetzt wieder ein bisschen höher ziehen und dann siehst du, wie jetzt hier schon so eine kleine S-Kurve reinkommt und wir hier deutlich mehr Kontrast reinbekommen. Das ist also auch noch so ein kleiner Vorteil gegenüber den Tonwerten beziehungsweise der Tonwertkorrektur, weil da habe ich zum Beispiel dieses Werkzeug nicht drin. Was ich hier aber auch drin habe, sind diese drei Pipetten. Das heißt, ich könnte jetzt hier reingehen, zum Beispiel für den Schwarzwert und dann kann ich jetzt hier einfach einen Schwarzpunkt bestimmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, das hier soll komplett 100% schwarz sein, dann sage ich jetzt hier Schwarzwert bestimmen. Dann siehst du auch sofort, wie das geändert wird, weil wir hier entsprechend sofort an dieser Stelle jetzt 100% schwarz drin haben und alles andere wird entsprechend natürlich auch noch abgedunkelt. Und genauso könnte ich jetzt sagen, das hier ist der Weißwert und dann ist das hier auch zu 100% weiß. Ist jetzt hier ein bisschen übertrieben an dieser Stelle, aber grundsätzlich geht das und das kann ich genauso gut natürlich auch hier in der Gradationskurve mit meinen drei Pipetten machen. Aber dieses Werkzeug zum Beispiel habe ich nur in der Gradationskurve drin. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, welches Werkzeug soll ich wann benutzen? Im Endeffekt kommt es immer ganz darauf an. Das ist jetzt eine blöde Antwort, aber es ist tatsächlich so, weil natürlich hat jeder seine persönlichen Präferenzen. Der eine arbeitet lieber mit einer Gradationskurve, der andere lieber mit einer Tonwertkorrektur. Wichtig ist nur zu wissen, dass du mit den Gradationskurven ein bisschen mehr machen kannst. Du kannst alles machen, was du in der Tonwertkorrektur machen kannst, aber du kannst in der Tonwertkorrektur nicht alles machen, was du in den Gradationskurven machen kannst. Aber an sich, so die Grundfunktionalität ist bei beiden genau dasselbe. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und aktiviere natürlich auch die Glocke und vor allem auch den Kanal abonnieren, denn aktuell gibt es hier täglich neue Videos und es gibt auch täglich Verlosungen. Wenn du also mitmachen möchtest und das noch nicht getan hast, dann trage dich mit deiner E-Mail-Adresse ein und dann bist du automatisch bei allen Verlosungen, die täglich stattfinden, mit dabei in der gesamten Weihnachtszeit. Heute, wie gesagt, Leitung für Fortgeschrittene und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg bzw. Glück und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao.